So, kleine Info. Guckt euch einfach den Trailer an. Es ist der Hammer. Also ohne was, ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt, weil Zero Point kommt auch da drin vor. Aber guckt einfach selber. Ist zwar natürlich auch ein bisschen Werbung für das Comic, aber gönnt euch. Ein Krack verbringt das Skye über Gotham City. Die Dark Knight ist transportiert zu einem nicht familiaren Welt mit kein Erinnerung. Forced to fight an infinite loop of battles with strange new foes, where all is chaos. Can the Dark Knight escape this mysterious island and uncover the shocking truth? Find out what happens next in... Batman Fortnite Zero Point A 6-issue-Comic-Book-Crossover-Event. Each issue includes a redeemable code for a bonus digital cosmetic and Fortnite. Das ist halt genau das, was ich euch gesagt habe. Gönnt euch die Zeitung, beziehungsweise das Comic und ihr bekommt den Skin gratis dazu. Und ich bin halt echt mal gespannt. Ihr habt sie vielleicht gesehen auf dem Arm, was da stand. Du hast 22 Minuten Zeit. Gut, ist im Prinzip eine Fortnite-Runde. Aber wir können gespannt sein, was da auf uns zukommt. Also in dem Sinne, ich gehe jetzt gleich online. Wir machen wieder Custom Games. Macht gerne mit. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.